Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich brauche keine Ferien, nein. Die kenne ich eigentlich gar nicht. Wir waren eine Woche zu Rodos, in den 34 Jahren, als ich heiratet war. Und das hat mir dann gelangt. Musik Wie ich auf die Welt gekommen bin, dann musste ich die Mutter hier sein. Das wäre so interessant. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020